Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus und alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Aber, ja, nach langer Zeit endlich diese schöne Spiele auf meinem Kanal, für euch und auch für mich. Der neueste Harry Potter Teil. Ich dachte, es fällt ein bisschen schneller im Preis. Ich hab bei Instant Gaming 36 Euro bezahlt, ja, Mehrwertsteuer 19%, das sind dann 6 Euro, 42 Euro. Aber, wie gesagt, das Spiel ist mir wert. Hätte ich sowieso gekauft, weil ich Rollenspiele auch liebe, so wie Skyrim oder... Ja, da gab's jemand, der hat mir immer viele... Der Noob-Opa, ja, da hab ich ja sogar noch im Hinterkopf, der hat mir immer so viele schöne Kommentare geschrieben bei Dragon Age Inquisition. Einen Moment, ich mach mir das mal ein bisschen leiser. Ja, da gehen besondere Grüße raus an den Noob-Opa. Vielleicht hört er ja auch mal zu, dann kann er mal wieder einen Kommentar schreiben, wenn er möchte. Ihr könnt mir natürlich auch Kommentare schreiben. Ja. Gut, ich hab das Spiel jetzt nicht mehr, wie in der ersten Folge, auf der normalen Festplatte, sondern auf der SSD, das ist auch empfohlen. Ja. Und wir wollen weiterspielen. Da hat einer bei Steam 100 Stunden Spielzeit und da hat das so 100% durchgespielt, das Spiel. Mal gucken, was uns alles noch erwartet. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. So, Ladezeiten sind schön schnell. So sieht unser Schlafgemach aus. Moment, sehen wir los hier im Spiegel. Ja. Ja. Oh, die bewillen sich ja sogar. Ja, das ist jetzt das erste Spiel. Ich mach das meistens so. Wenn ihr das Spiel im Schnelldurchlauf sehen wollt, müsst ihr es auf dem anderen Kanal sehen, weil ich hab auch im Detail verliebt. Und immer schnell, 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 so wie bei TikTok, äh, ich finde ja alles immer schneller. Das haben die Entwickler nicht umsonst hier so jetzt mit den Bildern gemacht und ich möchte mir das noch ein bisschen angucken. Die Bilderrahmen sind sogar anders als beim rechten. Also, ich muss nur den richtigen Moment abpassen. So, stell dich Amit vor, stell dich Everett vor, stell dich Samantha vor. So, fangen wir doch hier an. Bei Everett. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ich freue mich auf meinen ersten Tag. Eigentlich bin ich leicht nervös. Nö. Nervös sind wir nicht. Ich bin gerne hier. Bereit für den Unterricht. Sehr gut. Das freut mich. Es gibt keinen Grund nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett dich kennenzulernen. Ebenfalls Everett. Das muss komisch sein. Na gut. Ganz ruhig. Ah, hallo. Willst du mal gucken? Bei Tark kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Ich finde die Sterne faszinierend. Ich hatte nie viel für die Sternen, doch. Ich würde gern Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünfklässler. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos. Ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Das die richtige Stelle ist? Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapowertrank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fick vom Megapowertrank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Ich weiß eine Menge. Davon weiß ich nichts. Professor Fick weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Megapowertrank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Hat mich gefreut. Haben nicht, rufe Pups, Interesse an Pflanzen? Ziehen viele Schüler ihre Zutaten selbst? Ist es denn üblich, dass die Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja! Unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlick unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Sogar die Lippen sind in diesem Spiel deutsch-synchron und nicht auf Englisch und dann mit deutscher Sprache. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem DipTum. Danke! Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Hallo, neue Ravenclaw. Professor Weasley wartet auf mich. Veräldig dich. Wär mal ein Apfel essen. Oh! Der neue Fünftklässlerin. Oh, wohl herkommt. Seltsam so spät mit der Schule anzufangen. Moment. Ach, unten. Moment, die kommen wir nicht mal durch. Doch. Okay. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurück zu bleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja. Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Gerne. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Wirken Sie doch mal, Reveglio, auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Reveglio. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Plus 80 EP. Da fehlt noch eine von. Kampf, Aufträge, Erkundung, Handbuchseiten, Raum der Wünsche. Und das alles auf 100% bringen. Das ist aber geil gemacht alles. So. Jeder Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schaue öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Oder Speicherungszeichen. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Geil. Ich glaube, das wird eine geile Reise, meine lieben Freunde. Retracing haben wir aus. Aber es läuft auch ohne die Verstärkung vom AMD. Alles ruckelfrei auf 60 FPS in maximale Settings. Neue Gelegenheiten. Die perfekte Gelegenheit. Ihnen Flopven zu erklären. So reist es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Die Haupthalle? Oh, die Flüge in meiner Wohnung hat Durst. Hehe. Geht gleich ans Wasser ran. Und das sauberste Wasser, was man herstellen kann. Schaut mal in den Ordner rein. Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Da findet ihr ein Wasserdestilliergerät. Nicht in den Baumarkt gehen und ein 5 Liter Kanister holen und das trinken. Das ist extrem gesundheitsschädlich oder auch sogar tödlich. Weiß ich nicht. Das ist ein elektrisches Gerät und das findet ihr in dem Ordner. Wie gesagt, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Ihr könnt euer eigenes sauberstes Wasser herstellen. Wo die Flüge sogar gerne rangeht, wenn sie Durst sagt. Nö, gegen eine Flüge in der Wohnung hab ich nichts. Das sehe ich eher wie ein Schamane. So. Du hast ein Flohflammenschnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um im Nu zu dem entdeckten Flohflamm zu reisen. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. So, die große Halle. Moment. Ich glaube, wir sollen woanders hin. Kann man natürlich auch noch ranzoomen. Ich glaube, den Punkt, das sind die anderen Punkte hier. Gut, dass man da sieht, wo die sind. So ein Freischalten. Auswählen. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, in der die Regionen verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an. Einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flohflammen. Na, ich glaube, nämlich dieses Schloss, habe ich gehört, das soll schon sehr groß sein. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen, wie den Astronomie-Turm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Ich glaube, wir sollen hier hin, ne? Haupthalle, genau. Professor Wesley hat dich, hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze, um die Karte zu drehen und begib dich per Schnellreise mit X zu der Flohflamme in der Haupthalle. Ja, und das wegen dem SSD, das muss schnell gehen, das dauert sonst viel zu lange. Und das geht das flott. Und da wären wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los, das Herz des Bienenstocks, unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Danke, Professor. Erzählen Sie mir mehr über Zauberkunst. Was ist Verteidigung gegen die dunklen Künste? Was ist Morgsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Butterbier. Butter. Aber nie was von gehört von Butterbier. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer und erhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Finge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitzthemen und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ein Moment. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht. Ein paar Ruinen erkundet und... mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Finge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht... Professor Finge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heilangekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Keine Sorge. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Sie hat mich überrumpelt. Aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, Sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als Ihr Lieb ist. Und Sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand. Und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. So. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und? Unterrichtsstunde Zauberkunst. Den Unterrichtsstunde Unterricht. Das ist, glaube ich, ein anderer. Ja, wir nehmen noch einen, würde ich sagen, machen wir noch. Machen wir einfach erst mal den. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. So, meine lieben Freunde, da gehen wir noch hin. Auftrag abgeschlossen. Gucken, ob da was ist. Na, was ist das? Höhö. Okay. Nice. Wollen wir hier was sammeln schon? Nein. Die Augen. Das bewildet sich natürlich nicht. Geil sieht das aus. Wie viele sind das? Drei? Dann machen wir mal ein Screenshot. Moment, das passt gleich ganz drauf. Wir machen... Doch, das muss ich haben, meine lieben Freunde. So. Einmal so. Und einmal... Moment, gleich. Wieder runter. So. Das war's, möchte ich immer festhalten für die Galerie. Alles klar. Ist das alles? Ja. Leviusso. Professor Heckels. Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebriden-Shadle. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wilderer-Ring in Ost Wales ausschalten und sich nun damit brüsten kann... ...pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Leviusso. Leviusso? Ein Schwebezauber? Leviusso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein. Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Das kenne ich ja schon. Ein Moment. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird ein Kind. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Protego. Protego? Das erschwert die Duell. Ein schönes Duell weißt du zu schätzen. Wenn nur all meine Schöne so geschickt wären. Levioso! Levioso! Achten Sie auf Zeichen des Gegners, um anzugreifen oder abzugehen. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schießen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache. Aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor? Gut, Sie sollten weitergehen, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Salo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Ja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen. Okay. Alter. Das ist eine Menge. Hm. Speichern. Mal gucken. Ja. Hier müsste das gehen. Ja. Das ist halt nicht möglich. Okay. Mal gucken, wann das war. Ne, das wollen wir nicht. Gut, dann machen wir den anderen auch noch. Ist der hier um die Ecke? Da ist er schon. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Salo. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ich habe schon Übung im Zauberstabkrampf. Das war es. Ich habe noch nie. Doch. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ha. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Klingt verdächtig. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duell-Club beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleicht, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Genau. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut. War schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Abgeschlossen. Jetzt haben wir es abgeschlossen. Stufe 2. Geil. Hammergeil. Ne. Und so. Moment. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in den Regionen von Hogwarts mit gekennzeichnet und können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Das ist gut. So, jetzt geht es natürlich. Zack. Fertig. Das müsste jetzt noch schneller gehen, als in der ersten Folge. Und zack. Ja. Schon sind wir da. Ja, meine lieben Freunde. Das war die zweite Folge Hogwarts Legacy. Heute seht ihr mal ein Steam-Namen. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr mir gerne eine Freundesanfrage senden und dann vielleicht eine Nachricht schreiben an mich. Ja. Und dann können wir mal mit ein paar gute ausgesuchte Freunde für einmal zusammen zocken. Ja. Bin überglücklich, dass wir das Spiel jetzt auf meinem Kanal haben und bin gespannt, was uns da alles erwarten wird in diesem wunderschönen Spiel. Ja, gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr euch wieder eure Zeit genommen habt, eure Wertvolle. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.